Ich habe euch ein richtiges Top-Casting besagt. Jungs, wir müssen jetzt nie seinen Eindruck schicken. Yeah! Da seid ihr Schwachköpfe wohl im falschen Film gelandet. Dieser Gabriel hat ein Safe voll mit geilem Scheiß. Und genau diesen Scheiß wollen wir haben. Ihr habt bis morgen früh 8 Uhr Zeit. Wenn ihr es bis dahin nicht schafft, fängt an eine Kugel. Was sollen wir jetzt machen? Wir tun, was wir tun müssen und bringen die Sache schnell über die Bühne. Jungs, ich gehe jetzt da rein, mach ein bisschen auf Bruder und dann ist gut. Du bist die Krankheit, ich bin die Medizin. Oh, Körkamer. Ich kann nicht, wenn jemand dabei zuschaut. Soll ich euch Idioten lieber eine Kochshow klar machen oder was? Und was jetzt? Plan B. Was ist denn Plan B? Nein! Also auf Blutdeutsch, wir können eure Arsche festnageln. Jetzt fangt schon an zu singen. Bueno. Untertitelung des ZDF, 2020